Das ist die beste Zucchini, die du jemals gegessen hast und sogar auch die, die kein Gemüse mögen. Wir starten damit, dass wir die Ränder abschneiden und die Zucchini teilen. Dann von beiden Seiten ein bisschen einschneiden, mit Öl beträufeln, das Öl ein bisschen verteilen und mit Salz und Pfeffer bestreuen. Ich benutze noch etwas Chili-Flocken für einen scharfen Twist, aber das ist Geschmackssache und sie schmecken auch ohne gut. Dann für 15 Minuten ab in den vorgeheizten Ofen, umdrehen, noch etwas Butter drauf und nochmals so um die 10 Minuten weiterbraten. Zucchini schneiden und genießen.